Moin moin, du Zimtschnute! Wer liebt ihn nicht? Warme Milchreis mit aromatischem Zimt, der deine gesamte Küche in einen wahren Duftempel verwandelt. Aber Zimt ist nicht gleich Zimt, deswegen stellen wir dir heute einen ganz besonderen Gewürzgenuss vor. Unser Cylon Zimt stammt aus Sri Lanka und kommt mit bester Bio-Qualität zu dir nach Hause. Die macht sich auch geschmacklich bemerkbar, denn du wirst einen wahnsinnigen Unterschied zum schnöden Kassia-Zimt aus dem Supermarkt feststellen. Versprochen! Dich erwartet ein würzig-blumiges Aroma, das deine süßen, aber auch deine herzhaften Gerichte perfekt verfeinert. Wie gewohnt ohne Streckmittel und Zusatzstoffe, natürlich vegan und glutenfrei. Eine leckere Auswahl an zimtigen Rezepten findest du wie immer im Reisender Rezeptbuch. Den Link dazu gibt's hier unten in der Infobox. Jetzt kannst du loswürzen und wir freuen uns total, wenn du uns deine Lieblingsrezepte mit Cylon Zimt unten in die Kommentare schreibst. Falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, roh das gerne nach, denn dann verpasst du ab sofort nichts mehr aus der Reishungerwelt. Jetzt lass es dir erstmal schmecken, das mach ich nämlich auch. Guten Reishunger und bis bald!